Ja, dann musst du ja jetzt einen anderen Mod machen. Yo, Leute! Wir haben ein 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 gegen 1 gemacht auf der Midlane. Wer als erstes aufrankt? Und da macht mir das Screechert von Elis Matches. Mittlerweile sehen wir so aus. Nur zwei von uns sind eingerankt. Der Rest hat eine schlechte Losing Streak. Er hier zum Beispiel hat sieben Spiele in Folge verloren. Hoho, das muss man erst mal schaffen. So. So, gegen was spiele ich denn überhaupt? Scheiße, Adi, Digga. Assassin to kill Soraka? Ich habe keinen Assassin. Würdet ihr sagen, Pantheon ist ein Assassin? Nee. Der ist ja only game 1 shotet, Leute. Ja, ab dafür, Digga. Lack mich doch, wenn Gromp das will. Wer ist Gromp überhaupt? If we don't kill Soraka later, we lose every fight. Wer hat den Frag? Wirst du schreibt, wer? Scheiße. Digga, ich hasse, hasse, liebe Spieler. Ich bin aktiv und du kassig, oder was? Eikaramba! Eikaramba! Oah! Ohohohohohohohohohohohohohohohohohah! Eikaramba, was die gerade angehört. Ist hier ne Frucht? Ist hier ne Frucht? Tutti frutti, oh ja. Oh, Detlef. Sie ist halt legit fast tot. Ay caramba, okay, sie hat geultet. Das kann die auch wieder gehen. Also, sie toscht jeden meiner E's. Uga, 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 wieso ist da ein Ward und keiner macht den weg? Obwohl die gerade in Dragon Pit waren, ja. Well played, Pantone. Thank you. Nice rotations. Oh, Hadega, ich krieg Lob? Das bin ich gar nicht gewohnt. If we don't kill Soraka later, we lose every fight. Mein Gott, Alter. Alter, wie lebe ich? Ach, ich weiß es auch nicht. Ich hätte fast seinen scheiß Red Buff geklau. Oh, look now, look at this. Dum, 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 dum. Ich renne weg, Digga, da sind vier Leute. My bad, schreibt sie. Ey, echt? If we don't kill Soraka later, we lose every fight. Wait. Machen wir den fight? Ne, machen wir den. Machen wir den? Machen wir den? Wieso macht den keiner? Hey. Okay, wir machen den fight. Digga hat sich nämlich verpisst. Aber ich hab ein bisschen gehitet, ja. If we don't kill Soraka later, we lose every fight. Garen! Garen intet komplett. Er hittet einfach die Frucht und die Hälfte in unserem Gegnerteam fliegt einfach weg. Bäh. Pro. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, Heka ist am hinten, I guess. If we don't kill Soraka later, we lose every fight. Hey, Caramba! Hey, Caramba! Hey, wir haben vier gekillt! Easy, Digga. Nur weil ich die blöde Na... Äh. Wie heißt ihr die? Soraka rausgeholt hab. Wie toxisch sind diese Leute auf dieser Elo? If we don't kill Soraka later, we lose every fight. Digga, hab schon so 70 Mal gefühlt Soraka geult. Ohoho, was ein Blind-Snipe, Junge! Useless shit, schreibt Ari. So, jetzt wird der Nexus gefühlt. Auch Digga, das ist ein Arthrox, ne Scheiß, endig, Junge. Der 12.8 Arthrox steht mir im Weg. Fuck! Oh mein Gott, Alter, können wir bitte enden? Yeah! Irgendwas ranged, I guess. B? Ari, f*** ich schon wieder eine Art B. Top-Mega-Lost-Trap-Mode-Kaiser, 0-3. Ich geh so kötteln, Alter. Die haben Drake gemacht. Warte, was bist du da? Das f*** ich mich auch. Mit 0-1-4-Sein. Okay, ich hatte gerade einen miesen Internet-Lag und hab scheinbar einen Kill gemacht. What the f***? Hä? Was hat das denn gerade? Digga, ich hab's gar nicht gerafft. Es war auf einmal Standbild. Zum Glück hab ich's aufgenommen. Oh, wow. Digga, was ist das für der Sache hier? Ah! Da schreie ich mich auch, wenn der Top-Mega-Lost-Trap-Zähne und die Baudelett-Pieters, der Gegnerische. Ne was? Mach was, ne was? Ne was? Nocturn! Nocturn! Nocturn. Oi. Digga, hat sie sogar ult. Gibt's der mich... Also, will er mich arschbumsen? Ich ja. Ich fasse es nicht, dass der Morde-Kaiser nach dem 1-4 aufgehört hat, zu peen. Bis jetzt. Okay, ich hab nichts gesagt, Digga, 1-5. Ich hab nichts gesagt. Boah, Ezreal muss zu hart-carryen, Alter. Das wird nichts. Ezreal muss dann nicht so weit. Wie kann der denn killen, Bro? Er steht 1-5 und der andere 5-1. Hä? Digga, Morde-Kaiser, Alter. Ich fasse es nicht. Ja, Stun, ja. Ey, der knallt mich nicht, du Arsch. Warte, Ne was kämpft gegen die Bär, Junge? Macher. Was? Ey, warte. Wait, gegen den Drachen. Gegen den Drachen. Tivers kämpft gegen den Drachen. Ja. Ja. Hallo da. Verreckt, Ron. Ja, ich will einfach Renato. Kann er mitkillen? Hey, ne, 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 Mates, Mates, Hilfe! Irgendwie, irgendwie! Fick den, fick den! Denke, er flasht noch! Ich hab'n Shutdown. Oh mein Gott, Ezreal. Nein, Ezreal, du bist... Oh, Ezreal ist... Oh, Ezreal ist... ...bist flashed. Gern noch Hel... Ey, er wurde neid, das gefühlt. Oh mein Gott! Ich bin grad so zur Hilfe gekommen! Oh! Any Double! Ne, warte mal. Ey, mir wurden alle Kills geklaut! Vier Kills wurden alle... ...ficken! Nein, wir haben verloren. Kane, finischt grad. Mein Gott! Warum geht keiner mit heim? Ich hab' so'n Ramriegel in der Hose, Junge, es ist unfassbar.